Das Problem ist, dass meiner Meinung nach die Leute übersät sind von sehr guten, qualitativen Videos. Video Du, einfach bessere Videos machen. Und dass die das überhaupt dann nicht schätzen, zu schätzen wissen, was da für eine Arbeit hinter steckt. Weil es ist ja mittlerweile so, dass gerade Instagram und keine Ahnung was, die feiern ja alle alles voll easy peasy, chilliges Leben, das ist mal eben easy peasy gemacht, das ist ja Quatsch. Da steckt ja viel, viel, gerade diese Leute, die sehr, sehr erfolgreich sind, da steckt ja extrem sauviel Arbeit dahinter. Die sagen dann zum Beispiel auch, der Erfolg kam über Nacht, aber da war 26 Jahre Vorarbeit davor. Also das ist einfach so, das geht nicht von jetzt auf gleich und du musst dir diese, ich finde auch, es ist unfair, diese ganze Erfahrung, diese Experience, die man dann gesammelt hat, einfach nicht das zu wertschätzen, dass man weiß, hör mal zu, ich weiß ganz genau, deine Zielgruppe habe ich schon mal bespaßt und ich weiß, wie ich die erreichen kann und dafür möchte ich auch ein gewisses Honorar haben. Also ist ja eigentlich, die Unternehmen machen das ja auch nicht für Nulu, also die wollen ja auch Geld verdienen. Deswegen, ja, ich bin da noch so, ich habe ja mit der Seite Video Du bin ich jetzt so dran, das so ein bisschen aufzudecken, da den Leuten zu erklären, warum ist das wichtig Video, wie kann man die Leute erreichen und was bringt dir das? Weil die Leute sehen ja im Endeffekt, die haben alle das Gefühl, man kann das nicht greifen. Die machen einfach, ja, mach mal ein Video und haben aber auch nicht die Ahnung davon, welche Konsequenz dahinter steckt, wenn das Video scheiße ist. Dass das dann eher schlecht ist für den Ruf zum Beispiel des eigenen Unternehmens und man am Anfang eher mehr investieren sollte und dann sagen, okay, das spiegelt jetzt deinen Ruf, dein Image wieder und nicht irgendein Billig-Drecks-Video. Also die falschen, wie du das sagst, die gehen das meiner Meinung nach auch falsch an. Dass sie sagen, ja, das darf nichts kosten, wir gucken erstmal und dann lassen wir uns überraschen. Nein, dann musst du investieren am Anfang und dann wirst du mit diesem Video auch überzeugen und dieses Video kann man ja dann auch skalieren.